ARD Text im Auftrag von Funk Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Huge. Hier mit dem Mazzi Noob LP. Ja, Mazzi Noob Place. Doch, doch, ich hab's aber hingekriegt. Ja, ja, ich weiß. Kannst du vielleicht schlafen oder so? Ja, kann ich machen, warte. Ich schlaf mal eben. Oh mein Gott. Ich krepier jetzt, weil ich... Wenn ich jetzt krepiere, dann lach ich. Ne, ich krepier nicht. Gut, alles ist gut, alles ist gut. Hä, von wo kommt denn jetzt noch das Wasser? Das waren doch die Quellen. Oh weh, oh weh, oh weh. Eigentlich wollte ich coole haben. Ist egal, ich lauf da jetzt einfach hin und nutze. Oh Leute, ich bin gerade in der letzten Folge gestorben, ey. Und ich muss mir jetzt schnell die Sachen holen, bevor die spawnen. Im Überlegen, wo bin ich überall lang gelaufen. Ich bin hier oben lang gelaufen. Auch hier unten noch lang, ja. Okay. Dann... Jackpack, fixed 꼭 anziehen. Nicht dass ich gerade wieder so kapriere wie gerade... Wir sind glaube ich sogar beide dann in der letzten Folge gestorben, ne? Wir haben's ja echt drauf. Nein, 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 weg 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 weg. D carga! Nichts mehr wieder sterben. Wo sind meine Sachen? Ich habe keine Sachen mehr dabei. Oh shit! Ich weiß aber, dass ich irgendwo ausgeleuchtet habe und denn nicht. Ich finde es nicht mehr. du kannst doch den todpunkt auf der karte sehen oder nicht da ist mein tod jetzt wohl markiert ihr den todpunkt vielleicht nochmal auf der map vorher ich habe den aber ich muss hier unten und oben und unten und oben wieder habe ich ja habe ich habe ich aber nicht dass wenn du noch mal stirbst dass du den der punkt weg ist wo habe ich einfach abgeht ach du scheiße möchte versuchen zu helfen ich komme nicht zu dir oben hier oben hier oben machen hier ist jetzt gerade sehr dunkel bei mir alle wieso fall ich doch rein menschen vor alter jetzt habe ich hier stein wo komme ich denn da hin mensch da war mein war mein dann warte erst mal und du kannst mir deine koordinaten dann komme ich eben zu dir minus 94 minus 356 29 ich kann es nicht schreiben oder kannst du nicht schreiben bau dich eine schreibt mir das in den chat da freut sich das dauerhaft ja warte mal ich denke mal erst mal in deine richtung weil ich sonst muss das auch nicht mal das ist egal dass das gar nicht schon ich denke mal mal wird da nicht vorstehen optimal ja minus 400 irgendwas also weiter nach da und minus 3 ok viel weiter nach da alter wenn der jetzt in die luft geht der creeper dann bin ich aber am arsch aber sowas von ich bin ich war gerade in der wand in der wand ok schnell weg bist du in so ein query loch eingegangen ja genau mein latest punkt ist hier genau drüber 10 meter über mir ich guck nochmal 485 ich sehe dich ich sehe dich ich sehe deinen namen ja jetzt wird es dunkel bei mir das dumme ist ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich ich sehe den namen nicht mehr ich glaube ich sehe den namen nicht mehr das ist auch gerade dunkel das ist auch alles dunkel gerade ich sehe dich ich sehe dich du bist unsichtbar vor mir hier rüber hier rüber hier rüber bei mir da wo ich hin schlage da rüber kannst du da vielleicht öffnen oder so 10 meter da rüber ich sehe den Grabstein ich habe den Grabstein ja gut ich töte aber mir kurz die Viecher die hier oben sind ja ist ok Creeper dein Grabstein lebt noch oder? ja dein Grabstein ist noch ok so dumm ist ich sehe die Viecher nicht ich sehe den Bogen von dem Skeletz sehe ich jawoll noch ein Creeper fall auf Creeper ich habe nur noch 3 Herzen das ist nicht gut ich habe nur 1,5 und ich habe nichts zu essen da oh hättest du sagen sollen hätte ich dir was gegeben noch ein Creeper da wäre ich fast down gewesen erstmal kurz aufstecken so ein bisschen das ist vielleicht ein Problem wo bist du denn da rumgeflogen? über den Wasserfall aber der würde ich noch nicht hochgehen scheiß Skelett geh weg noch ein Creeper ich weiß nicht wo er ist das ist echt ein Problem nein wenn du jetzt tot gehst dann haben wir echt jawoll ich habe ihn obwohl ich ihn nicht gesehen habe ich habe ihn einfach irgendwo hingeschlagen vor random irgendwo hingeschlagen dann passt das wie ist das? äh vielleicht das Punkt ist er 17 über mir? ich hatte ihn auf jeden Fall gerade irgendwo war der? jawoll hier ist er hier ist er hier ist er oh ich hätte dich was geschlagen oh da 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 bei dem Wasserfall genau genau aber warte ich baue dem Wasser zu warte ich baue dem Wasser eben zu so Wasser sollte abfließen plopp jetzt sind meine Sachen da auch rückgegangen wie du einfach unsicht bei mir rumleeren und einfach nur ich glaube ich sehe deine Faust oder so die glaube ich sehe ich hast du irgendwas du hast irgendwas eingesammelt glaube ich noch echt? du hab mich ein Fisch hingeschmissen was habe ich denn eingesammelt? was fehlt denn dir? keine Ahnung äh keine Ahnung hauptsache ich habe ich habe mein Schwert Jetpack Schwert sowas ist ganz wichtig ah je je siehst du jetzt nicht dein Schwert in der Gegend rumfliegen? nice sehr schön ok erst mal was ja das ist eine gute Idee eine fliegende Kartoffel ja bin unsichtbar nur mit euren unsichtbar trinken also echt ey echt richtig schlimm ja ich war noch nicht mein Nähzahn und hab das ausprobiert ich wollte das nämlich auch nochmal irgendwann machen also so jetzt wieder nach Hause sagst du vielen Dank vielen Dank vielen Dank wo ist denn mein Home mein Home Home der ist gar nicht auf der Map verzeichnet dann bist du über tausend Meter weg oder was? ja das kann gut sein das kann echt so gut sein ich will jetzt ganz gerne wieder hier raus aber ich mach jetzt einfach den hier ich hab keine Fackeln mehr provisorium rausgraben ihr seht das zwar jetzt nicht die Zuschauer weil es einfach nur arschdunkel ist aber oh fuck oh mein Gott ich wäre fast tot gewesen wie sowas hast du überhaupt bis zur Wand geglitscht? nee ich hab über mir abgebaut und auf einmal kam mir Sand entgegen oh oh das ist nicht gut aber dem bin ich einfach entgegen geflogen und bin dann glück gehabt dass ich raus kam irgendwie ok sehr gut ähm hier sind jetzt die Fackeln also wie gesagt ich bin auch immer noch auf der Suche nach äh Gold nach nix anderem nach Gold irgendwie flieg ich immer weiter runter ist auch scheißegal sooo Home Sweet Home ja von der Punkt heißt auch noch Home Sweet Home bei mir ja ja nicht irgendwie Home oder so einfach mal komplett langer Text ja wieder zu hoch ne ich bin äh runter noch in ich bin ja noch auf Höhe 36 äh wie geht's denn noch mehr runter hä ich habe die Query einfach auf Kackehaut ich habe die Query jetzt schon fast schon die Barrels voll hat shit oh ich brauche mehr Query bei der bei dem Ding unbedingt wo habe ich ein bisschen Platz im Inventar dann nehme ich hier was noch was von mit mit dem unsichtbaren Zeug hier hier war das irgendwo jawohl da war was shit kann ich nichts sehen heißen nein nein das ist scheiße alter ich will doch nur ein bisschen Gold ich habe doch gerade noch ein Loch gefunden wo ich ganz unten war haben sie da schon alles mitgenommen oder wie ok jetzt dran du bist jetzt zack fack bist du ok bei uns da ich da auch fast richtig ah die haben oh wir haben nur noch 20 Diamanten ich habe gerade 8 nochmal gefunden oh echt nicht so viel hä voll war ei 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 kommt das von oben von der oh shit also ich sterb nicht wollte ich nur gerade sagen du stirbst jetzt habe ich das so gefühlt bin gerade bin gerade in einem West drin ok hier war irgendwo ein Riss drin und dann dachte ich ok Skelett recht recht nicht sterben nicht sterben ja ich habe ihn getötet so muss das laufen Leute nicht anders oh da war recht da geht es nicht mehr weiter ich weiß weil ich muss mal eben gucken ob ich äh weil ich habe noch 600.000 ich sollte mal das andere Jackpack nehmen ja ja kann nur von Vorteil sein hat noch es hat noch 1,5 Millionen ha 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 boah habe ich aber nochmal Glück gehabt ey ganz ehrlich ich habe meine XP abladen abladen vor allem abladen 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 ja für sachen ich bin jetzt auf 21 20 und ich habe noch kein gold gefunden wie hier mal so viel eisen ist und eisen an jeder ecke aber kein gold ne tja tja da ist Spinni da sind wieder so viele komm komm soll ich mal es noch zu machen damit die hier kommen können komm und oh kannst komm ja mein gott komm doch mein gott okay ok da brennen irgendwelche die brennen aber ist doch nicht hart ja ist gerade noch ah ich habe ich habe das ich habe das gefunden hier ah ok ah habe ich aber Glück gehabt oh da kommt schon wieder das Geld oh ok bei mir läuft der Timer gerade ab ja ich muss doch noch Verrills ich muss doch noch Verrills ich muss doch noch Verrills Aua Aua ok das wäre jetzt schlecht wenn ich hier irgendwie sterbe oder was auch immer mal wollte ich mir hier irgendwie so ein Unterschlupf suchen äh was sicher ist oh nein 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 ich werde mal eben schnell hier das Loch noch zu machen und dann würde ich sagen äh kannst du schon mal dich vorbereiten auf die Abmuration ich pack mir noch ein bisschen material ein ich pack mir noch ein bisschen material ein komm schon wo ist die andere Kiste da 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 ist die Gäste ich bin gerade bei obsidian und ich brauche ja irgendwie obsidian ich brauche ich noch obsidian ich brauche ich noch obsidian die könnte ich auch noch mitnehmen aber ich habe gerade kein Wasser einmal ja schade kann ich doch nicht mitnehmen ich denke ich kann das obsidian aber auch ganz einfach herstellen und obsidian ist es ganz einfach herzustellen ok ok also wenn nicht nicht so viel Zombies und so kommen oder Skelettern und so ne dann kann ich mit einschleppen und töten aber wenn so viele auf einmal kommen dann geht gar nichts mehr gerade dann wenn die Skelette kommen dann fehlt das richtig ätzend so ich würde sagen mach ab mal zum Machen wir gut dann sage ich danke fürs Zuschauen lasst eine kleine Bewertung damit es euch gefallen hat man sieht sich in der nächsten Folge schaut in die Kanäle in die Kanalbeschreibung und bis zur nächsten Folge tschau tschau tschau